Vielleicht zum Asu hin und weg? Ne. Na so? Wahrscheinlich nicht. Das ist vielleicht der einzige Weg, der dort hinführt. Die haben hier alle so weiße Kühe, ne? Bei uns sind auch so weiße Kühe. Wir gehen erstmal hier hoch und dann gehen wir dann dahinter. Ja, aber Kelly wird so was trinken. Ja, kann sie doch. Mit dem der herren Sie sind in der Karte. Fast pro B-A-N-D-E-R. Gott, blüte ich nur an dem einen Faden. Das ist schon los. Eins, bis jetzt. So steif es dir. Mit der Karte ist das nicht. Nicht, das ist doch ein. Ich habe noch gar Funke. Es ist heim nun gar Funke? Nein, überhaupt nicht. Quatsch. Mensch, jetzt ist er still, Micky. Ich hoffe, dass die Hunde nicht kommen, die ich da hingehört habe. Ich hoffe, dass die Hunde nicht kommen, die ich da hingehört habe. Ich hoffe, dass die Hunde nicht kommen. Ich hoffe, dass die Hunde nicht kommen. Ich hoffe, dass die Hunde nicht kommen. Ich weiß nicht, irgendein Tier ist hier noch. Vielleicht sehe ich es ja dann, wenn ich ein Stückchen von der anderen Seite gucken kann. Ich weiß aber nicht, was das ist. Es sieht aus wie... Oh! Denk mal. Das ist... Ja, das ist es. Nicht so, wo du gehst hier mal abends lang. Ih, was macht er? Heiliger Scheiß. Und das hier? Das ist irgendein Sänger. Aber was für einer. Die Ausstellung ist nicht hier. Das zeigt in die Richtung, ne? Mit der Ausstellung eigentlich. Expo stand da. Am ekligsten ist der Typ da drüben in der Mitte. Ja, das ist Frankenstein selbst gebaut da. Ach so. Aber was sind die anderen für welche? Das Ganze ist Opa. Das ist ein Komiker. Das ist eine kleine, ekligste mit dem Hut eigentlich. Was machen hier diese komischen Rumpels? Wollt ihr euch mal das Prospekt angucken, was über diese Expo steht? Vielleicht, da fahren wir noch mehr. Vielleicht gibt es noch mehr anzugucken. Ich weiß nicht, ob man dahinter laufen darf. Ja, zumindest darf man bestimmten Stückchen in Richtung Elefant. Nichts darf man nicht nur fahren. Jetzt ist es ein gutes Bild. Jawüllte. Jetzt weiß ich nicht. Das ist gar nicht. Oh, das ist ja auch so. Das ist ja schon hier. Ich schaue dir an. Wie noch ist die Welt? Wimper? 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 Wimper. Wimper? Wimper?